wow jetzt ist auch noch nacht gut dann müssen wir nachts fahren haben wir nix machen okay also tanken müssen wir nicht er ist fast voll und noch schauen dass wir da wieder raus kommen na klasse das hier auch noch nix okay nachdem komm komm auf geht's na weil er zieht unser fernlicht geht auch wie verrückt ja funktioniert so jetzt haben wir in weißrussland belarus ja und das auch noch nachts und die polizei steht auch schon da ups was haben wir denn da gelandet jetzt ok da fahre ein auto da müsste die straße sein oh da standet es ja unbeleuchtet am straßenrand wow ok das heißt wir brauchen wieder einen seitespiegel den Hilfsspiegel und ein bisschen mehr licht jawohl ja musst du jetzt überholen ich zeige gerade anfangen was das her ich zeige gerade anfangen was das herrscht ich zeige dir auch mal ich zeige dir auch noch ein feuerabend fahre heim jetzt kommt gleich der bus noch na super ja was 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 ich jetzt 110 darf ich der fahrer da hebt er ja ab dann läuft er die straße ja sowieso und dann kommt der verrückte bus wieder dann kommt der rückte bus noch ja 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 Ah, der nächste Woche ist der Ikea, okay Ikea. Oh, der nächste Woche ist der Ikea. Okay, wir bleiben hier. Schade, die reagieren. Wir bleiben hier miteinander. Monat, da steht 1,60. Muss wieder weg vom Gas. Schade. 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 Entschuldigung! Was soll ich sagen? Ja, nichts! Oh! Entschuldigung! Aus Orsay und Nix! Oh! 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 Okay. Weil das Licht ausmacht, mir da hat er auch nicht. Und jetzt noch mal an, Was soll ich dann damit? Es ist so schön! Okay. Was soll ich? Dann falten sie, Ok. Ich habe noch ganz近. schon wieder ein Trecker da mal guck mal der fährt hier noch ein Mähdrescher fährt hier noch durch den Acker nachts oben keine Ahnung was die Häusle sind jetzt auch ganz anders hat er echt schön gemacht oh entschuldige was ist denn da das dachte ich schon muss irgendwo abbiegen einen schönen Herzinfarkt gekriegt ah der ist Ampel ok oh man auch noch vor Verdachten alles klar so wie sieht es denn aus ok sieht gut aus komm mein Junge auf jetzt haben wir das Ball geschafft zieh mal schon wieder Wildwechsel ok das wäre jetzt mal ein Clou wenn da so ein Hirsch da über die Straße hinter so ein Wildsau das wäre klasse ja ok ja 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 Ja, 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 okay, das ist schon klar, jetzt klingelt das Telefon wieder, war ja klar, ja, 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 jetzt sind wir aber auf der Vorfahrtstraße, oder? Wir haben doch noch Zeit, Kit. Oh, Restzeit, eine Stunde, oh cool. Ist ja jetzt bald da, müsste ja bald da sein. Oh, das wird leicht verzögert, da muss man ein bisschen Stoff geben, aber das geht nicht schneller. Ich stehe ja schon voll drauf auf dem Gas. Komm, Schaltung. Ich dachte, da hätte man auch ein bisschen länger Zeit gehabt, schade. Ja, ich schade noch ein bisschen weg. Ah, ein Brotchen wieder. Dann wollen wir die Leit aufwickeln. Dann kannst du hören, dass wir jetzt da sind. So, jetzt geht es irgendwo da vorne rechts ab, okay. Da ist ja fast wie so ein Nebel da vorne, da. Ach, das ist ja auch noch Kreisverkehr, okay. Jetzt wird er auch schon in Stände geblieben, oder? Ja, das ist ja so früh nebelig, ja klasse. Na ja, guck mal, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Nebel, das ist ja toll. Ja, guck mal, das ist wie so Bodennäbel da. Ja, in der Nähe von der See oder Fluss. Ah ja, klasse. Ach, die Kleinigkeit einmal hat es. Und wir dürfen wieder draufdrücken, also komm, hoch den Berg. Und da vorne ist ja schon das Ziel, sag ich mal. Vielleicht schaffen wir es ja einigermaßen in der Zeit. Ja, das ist ja so. Jawohl, Papbrüsk. Oder so ähnlich. Oh, da geht es hoch und runter da. Und Ampel und Möse da rechts ab. Ja, hier kommen alle dahinter. Schön. Okay, und los geht's. Ich habe mal kurz wieder den Spiegel. Na, das reicht. So, wo müssen wir uns jetzt eigentlich dahin, oder? Ne, hier nicht. Einem an. Irgendwo da rein, oder? Hallo, wo jetzt? Wo ist jetzt die Einfahrt? Hä? Hä, wo soll jetzt da die Einfahrt sein? Na? Wo ist jetzt da die Einfahrt? Hä? Ja, sei mal ruhig, du raufsch. Hätte ich dahinter irgendwo reinfahren sollen? Wahrscheinlich, oder? Ja, gib zufrieden, gib ruhig. Na, muss ich da mal umdrehen. Mal die Tanke durch. Ja, ich muss aber mal umdrehen, oder wo soll es da jetzt neu geben? Hä? Was doch nicht hier, oder was? Ja, sei zufrieden. Ich suche hier kaum noch die Einfahrt da. Da muss doch da vorne noch hineingegangen, oder? Da muss da vorne noch eine Einfahrt sein. Aber das sieht jetzt nicht so aus. Ist da vorne noch eine Einfahrt? Ne, da ist keine mehr. Ach man, was soll denn das jetzt? Ey, cool. Wovor ist die Einfahrt halt? Die ist übersehe. Okay, über den Weg zum Umkehren suche. Ja, weil ich suche ja schon. Ach, nein du. Da kann man nicht mal über die Wiese fahren, oder? Oh Mann, jetzt kommen wir mit Sicherheit spät. Da zieht sich die ganze Kohle wieder ab. Jetzt irgendwo, wo man umdrehen kann, gibt es nichts da hin, oder was? Nein, nein, durch die Wiese will ich ja nicht mit der Kiste. Vielleicht da vorne irgendwo, muss man sagen. Ist da irgendwas? Nein. Oh, schlechte Karten da, schlechte Karten. Aber das ist jetzt aber ärgerlich. Da kann ich auch nicht wollen, da kann ich nirgendwo drehen hier. Da ist die Straße einfach zu schmal. Und seitlich geht die Böschung runter. Da kann man nicht mal durch die Wiese. Und das ohne Allrad, oh je. So, jetzt muss man aber hier irgendwo mal... Da muss man doch umdrehen können, das gibt es aber nicht. Nein, da kann man auch nicht umdrehen. Wo stehen denn die da drin? Kann man da ein bisschen reinfahren vielleicht? Und dann drehen? Ja, das geht, alles klar. Ja, fahr dir mal zu hier, komm, dass ich hier wieder rauskomme aus dem Acker hier. So. Und raus aus dem Acker, komm, ziehen durch. Ja, sorry, ich muss warten. Und wieder zurück. Jetzt wird er mal gespannt, wo die blöde Einfahrt ist. Ja, hab ich gesehen. Das musst du jetzt mit deinem Booster überholen. Und bei den anderen sowieso schneller. Oh, der drückt uns eine dicke Strafe auf. Ei, ei, ei. Ei. Ein bisschen flitzen, du. Ui. Was machst du, was machst du? Ach, jetzt... Der macht mich fertig. Hau da voll die Bremse rein! Ja, hat das jetzt noch sein müssen, ne? Das ist jetzt echt ärgerlich, schade. Wahrscheinlich haben wir es fast pünktlich geschafft. So, jetzt muss ich mal schauen, wo der mich hinlotzt. Aber ich habe da keine Einfahrt gesehen. Weißt du, die waren nur in der Kreuzung da vorne. Ja, da ist zum Abstellen. Aber wo geht es da rein? Das muss ich mir jetzt erklären, wo soll ich da rein gehen? Da ist nichts zum Reif fahren. Der Sack da drüber? Oder kommst du nirgendwo rein? Ist da alles zu? Ist da eine Einfahrt? Ist das die Einfahrt? Ich versuche es mal. Ja, das ist ja unglaublich. So eine schmale Einfahrt, ihr glaubt ihr seid verrückt. Ich komm her, hier nicht mit dem... Eieiei, das ist ja wohl ein Ding, du. Ja, ja. Und da soll ich jetzt rein? Oh, das wird aber haurig dahinter. Das ist schon haurig. Okay, wieder zurück. So. Ich geh mal los von mir. Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht, das ist blatt. Okay, so passt's. Boah, Mann, du. 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 Mann, wie rum? Wie rum jetzt da einer rückwärts, oder was? Na, hier. Pippe, du. Mann, du. Na gut, das ist kein Problem mehr. Ja, ja, wir sind schon auf dem Hof. Wir sind schon auf dem Hof. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Boah, falsche Richtung, Lara. Verlauter Telefon. So. Lieferung. Angekommen. Uff. Das war jetzt auch ordentlich, du. Verspätet, ja, das war mir schon klar. Dann zieh mal ab wieder. Uuuuh. Na ja, gut. Okay. Na, unser Boost hat uns auf jeden Fall auf Level 30 gebracht. Das ist ja schon mal okay. Ah, das war jetzt ein Kampf, du. Also die Fahrerei war toll, aber das war jetzt schon. Okay, dringende Lieferung müssen wir noch ein bisschen hochbringen. Fernfahrt, ADR Klasse 3, okay, okay. Na super, alles klar. Na ja, mein nächstes Mal nochmal was Feines. Ja, vielleicht finden wir was geschickt. Na, bis dann. Bye, bye. Die Bitte nicht. Sie spielen. Ist das schon mal okay. Durch das. Die Bitte nicht.